Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Parallelverschiebung. Das ist eine Abbildung und als Abbildung habt ihr bisher schon die Achsenspiegelung kennengelernt. Erinnert ihr euch? Da muss man das Geo3 ganz genau an der Nulllinie auf die Spiegelachse legen und dann kann man den Punkt A spiegeln, indem man von der einen Seite die Entfernung misst und auf der anderen Seite genauso weit von dieser Spiegelachse weggeht. Wichtig ist immer, dass die Nulllinie auf der Spiegelachse liegt, sodass derselbe Abstand gewährleistet ist. Und dann kann man das Geo3 verschieben, hinunter zum Punkt B, macht das gleiche, misst hier auch wieder den Abstand, auch wieder auf die andere Seite und kann seinen Punkt B' markieren. Und das gleiche kann man dann zum Beispiel mit dem Punkt C auch noch machen, der wird dann auf C' abgebildet und so können ganze Figuren abgebildet werden. Hier geht es jetzt um die Parallelverschiebung. Das ist auch eine Abbildung, aber eine andere und die werde ich euch jetzt zeigen. Auch hier sollen die Punkte A, B, C abgebildet werden. Nur ihr seht schon, hier gibt es eben keine Spiegelachse, wodurch abgebildet werden soll, sondern wir brauchen etwas Neues. Wir werden auch wieder Dreiecke, Vierecke, Fünfecke Figuren im Allgemeinen abbilden können. Das macht keinen Unterschied, ob ich Punkte einzeln oder Punkte in einer Figur abbilde. Ich habe euch jetzt mal den Punkt A' schon mal mitgebracht. Das heißt, ich weiß schon mal, wo mein Punkt A' ist. Parallelverschiebung bedeutet, dass wir mit Pfeilen arbeiten. Wir kommen also vom Punkt A, indem wir einen Pfeil zum A' machen. Jetzt ist immer die Frage, wie zeichne ich genau so einen Pfeil? Ganz einfach, wir können Kästchen zählen. Zum Beispiel sind es hier zwei Kästchen nach rechts und fünf Kästchen nach unten. Jetzt weiß ich also, wie ich vom Punkt A zu A' komme, nämlich durch einen Pfeil. Und genau diesen Pfeil nehme ich jetzt wieder her, um vom Punkt B zum Punkt B' zu kommen. Das heißt, ich setze denselben Pfeil wieder hier an und lande damit beim Punkt B'. Das könnt ihr jetzt natürlich in euer Heft nicht genauso übertragen. Deswegen gilt auch hier wieder zwei Kästchen nach rechts, fünf Kästchen nach unten. Beim ersten, da wird der Pfeil A' genannt mit einem Pfeil drüber, damit auch jeder weiß, es handelt sich nicht um eine Strecke, sondern um einen Pfeil mit einer Spitze. Und der soll genauso groß sein, wie der Pfeil B', B'. Das ist die Eigenschaft einer Parallelverschiebung, dass wir gleich lange Pfeile haben. Das heißt, wenn wir jetzt vom Punkt C zu Punkt C' kommen wollen, müssen wir eben denselben Pfeil beim Punkt C anlegen und landen dann beim Punkt C'. Auch hier wieder zwei Kästchen nach rechts, fünf Kästchen nach unten. Und somit hätten wir wieder einen gleichlangen Pfeil C'. Jetzt könnten wir noch A', B', C' miteinander verbinden. Und jetzt wäre die Figur das Dreieck von ABC durch Parallelverschiebung auf A', B', C' abgebildet worden. Ich lasse diese Dreiecke jetzt mal weg, dann sehen wir nämlich ganz eindeutig, wie diese Parallelverschiebung funktioniert und warum sie vor allem parallel heißt. Denn man sieht, dass die Pfeile, mit denen hier abgebildet wurde, parallel zueinander sind. Wir haben aber noch ein paar mehr Eigenschaften. Der Pfeil an sich wird immer benannt durch die beiden Punkte, einmal der Punkt, wo es losgeht und der Punkt, wo er endet. In dem Fall A', A'. Und wir machen einen Pfeil drüber. Der Punkt, wo es anfängt, das nennt man den Fußpunkt. Und der Punkt, wo es endet, also dort, wo die Spitze ist, das nennt man passenderweise die Spitze. Diese Parallelverschiebung ist eine Abbildung. Der Punkt C', diesen Pfeil kennt ihr schon, wird abgebildet auf Punkt C'. Und zwar nicht mit Hilfe einer Spiegelachse, sondern in dem Fall mit einem Pfeil durch Parallelverschiebung. Man liest also, der Punkt C wird mit dem Pfeil AA' durch Parallelverschiebung abgebildet auf den Punkt C'. Und alle Punkte werden durch parallele, gleich lange und gleich gerichtete Pfeile abgebildet. Das ist ganz wichtig. Das ist die Abbildungsvorschrift. Die Pfeile müssen parallel sein zueinander. Sie müssen gleich lange sein und gleich gerichtet. Gleich gerichtet heißt, dass die Spitze in dieselbe Richtung zeigt. Dass wir also nicht einmal den Pfeil hier oben hin machen und einmal den Pfeil hier unten hin machen, sondern dass sie eben die gleiche Richtung haben. Und das alles schaffen wir, indem wir Kästchen zählen. Heute haben wir also eine neue Abbildung kennengelernt. Neben der Achsenspiegelung kennen wir jetzt auch noch die Parallelverschiebung. Jetzt müssen wir aber noch kennenlernen, was es da für Eigenschaften gibt, was man da noch so alles wissen muss und das erfahren wir dann in den nächsten Stunden. Das hier ist jetzt erst einmal euer Hefteintrag. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathestunde. Tschüss!